Herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und wir besprechen heute, nachdem wir in einem der letzten Videos ja mal über einen sehr, 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 sehr guten Tom Ford Udwood Dupe für ein paar Euro gesprochen haben, reden wir heute mal, weil das denke ich mal genauso viele Leute interessieren wird, über einen richtig, richtig guten Creed Aventus Dupe aus dem selben Haus. Und zwar gucken wir uns heute an den Perfumer's Choice Nummer 9, Victor, von unserer, beziehungsweise von meiner Lieblings-Dube-Marke, Milton Lloyd. Milton Lloyd ist, habe ich euch ja im letzten Udwood-Video schon gesagt, dafür bekannt, wirklich richtig, richtig gute Dubes zu Schnäppchenpreisen zu produzieren. Der Udwood ist richtig gut, der Klon, das war der Perfumer's Choice Nummer 10, Mojo, brauche mich nicht nach dem Namen. Und jetzt haben wir hier den Nummer 9, das ist ein Creed Aventus Dupe und dazu ein richtig, richtig guter. Ja, wir machen, so wie wir das in der Vergangenheit immer gemacht haben, gucken uns das mal zusammen auf Parfumo an. Der hat 53 Bewertungen, das ist eigentlich, sage ich mal, für so eine relativ unbekannte Marke, weil, muss ich euch dazu sagen, Milton Lloyd ist einfach hier irgendwo noch nicht so ganz angekommen, ist das eine ziemlich gute Bewertung, eine 8,2, ich meine, muss man sich mal vorstellen. Der sieht, müssen wir uns nichts vormachen, der sieht von der Kopfnoten, beziehungsweise generell von der Duftpyramide, nahezu identisch zum Aventus aus. Wir haben hier in der Kopfnote unter anderem Ananas, was ja den Aventus ausmacht. Wir haben grünen Apfel, Bergamotte, schwarze Johannisbeere, dann in der Herznote Jasmin und Rose und in der Basisnote, also für den Drydown dann unter anderem Amber, Eichenmoos, Moschus und ein klitzekleines bisschen Vanille, was die Süße gibt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon einige Creed Aventus Alternativen selber hier getestet. Jetzt nicht unbedingt auf meinem Kanal, sondern einfach wirklich privat. Da gibt es von Amarv den Club Denui Intense Men, der ist toll, machen wir uns auch wirklich nichts vor und ich mag den auch wirklich sehr, sehr gerne. Aber der ist für einen Tube für viele ja mit 40, 50 oder, ja, ich glaube, der kriegt man stellenweise auch für 30 Euro, aber die haben die Preise auch angezogen und für einen Tube ist das für viele vielleicht immer noch zu viel. Und der hier kostet sage und schreibe, ich glaube, das billigste, was ich, beziehungsweise das preiswerteste, was ich im Internet gefunden habe, waren, glaube ich, 12 Euro plus Versand. Da seid ihr bei 15 Euro für 50 ml und, also ich sage mal, das ist einfach, das ist einfach Wahnsinn, was ihr da an Qualität bekommt. Ich zeige euch nochmal den Sprüher. Ich halte mal. Ich zeige euch nochmal den Sprüher. Das ist wie ein Deo. Und, ach, der duft ist toll, wirklich ganz ehrlich. Ich will jetzt nicht sagen, der ist wie ganz alte Vintage-Badges von Aventus. Ich finde, was den ein bisschen vom Aventus unterscheidet, ist, dass er nicht so arg rauchig ist. Er hat eine wunderschöne Zitrik in der Kopfnote. Ich finde, bei dem hier, bei dem Perfumers Choice Nummer 9, kommt, ich finde, die Ananas sehr, sehr schön frisch zur Geltung. Ihr habt eine schöne, herbe Bergamotte, die sich so ergänzt. Ihr habt Apfel. Ich persönlich rieche, ich mache das jetzt einfach nochmal, ich sprühe mir auch einfach nochmal auf die Hand, dann seht ihr es auch nochmal. Ich finde, tatsächlich von der schwarzen Johannisbär bekomme ich da nicht viel. Der ist ansonsten aber wirklich sehr, sehr identisch zum Aventus aufgebaut. Also ihr habt hier das typische, den typischen Aventus Moschus, das ist Helvetolite. Da kommt man auch nicht dran rum. Wenn ihr einen Aventus-Dube sucht, die sind alle mit diesem Moschus aufgebaut. Der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass Creed eine Art von Helvetolite benutzt, die nur für sie hergestellt wird, beziehungsweise die nur dem Dufthaus zur Verfügung steht. Also ein sogenanntes Captive Molecule. Das heißt, die haben eine Art von Helvetolite, die andere Marken einfach nicht bekommen. Das liegt vielleicht dann auch einfach daran, dass Creed Aventus-Klone, beziehungsweise Dupes, nie so 100% Creed Aventus erreichen, weil Creed unter anderem auch noch eine eigene Form von Amproxan nutzt, die auch mehr oder weniger anderen Dufthäusern nicht zur Verfügung steht. Aber ansonsten habt ihr hier wirklich diese klassisch schöne, frische Aventus-DNA für, ja, lass es uns mal hochrechnen, 15 Euro. Und der ist von der Haltbarkeit, da können wir auch nochmal ganz kurz rüber auf Parfumo schalten, der ist von der Haltbarkeit jetzt kein Monster. Also der ist kein Club de Nuit Intense, der bei mir persönlich auf der Haut schon so seine 8-9 Stunden hält. Der hier hat jetzt bei Parfumo eine 6,5. Ich würde wahrscheinlich sagen, der hält so seine 5 Stunden auf meiner Haut. Jetzt muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ich brauche selber persönlich keine Düfte, die mich erschlagen oder die irgendwie bis die nächste Woche halten. Das ist einfach nicht die Art von Düfte, die ich mag. Wenn ihr das mögt, dann guckt ihr euch vielleicht lieber von Nishane, den Hatsiwatt an. Der hat eine unfassbar gute Haltbarkeit, ist dann aber in einem Preissegment wieder wirklich jenseits von Gut und Böse. Also hier habt ihr wirklich, um das nochmal zusammenzufassen, ihr habt hier einen Creed Aventus-Dube, der sehr, sehr frisch ist, der nicht so ganz dieses Rauchige hat, der aber trotzdem einfach qualitativ hochwertig ist. Also ihr riecht hier nicht. Ich glaube, die Angst haben manchmal Leute, dass sie dann irgendwie das Gefühl haben, dass die Düfte, wenn die so preiswert sind, und das sind sie in dem Fall ja nun mal, dass die Düfte dann arg synthetisch riechen. Ich finde zum Beispiel, der hier, der riecht nicht synthetischer als ein Club de Nuit Intense Man, der ja von vielen manchmal in der Kopfnote ein bisschen zu synthetisch und zu aggressiv wahrgenommen wird. Also das hat der hier nicht. Deswegen bleibt mir letzten Endes wirklich nur zu sagen, wenn ihr wirklich ein kleines Budget habt und wie Creed Aventus riechen wollt, aber nicht das Geld dafür ausgeben wollt, ja, ganz ehrlich, dann macht ihr mit dem Tube hier von Milton Lloyd überhaupt gar keinen Fehler. Und mich würde tatsächlich wirklich interessieren, habt ihr den schon mal gerochen? Wenn ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen, beziehungsweise ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsalternative zum Creed Aventus ist. Also es gibt ja etliche, es gibt ja von Mancera unter anderem auch den Cetra Boise, der in eine sehr, sehr ähnliche Richtung geht. Dann hatte ich schon von Nishane, den hat sie was genannt. Also diese DNA wird ja von vielen Dufthäusern mehr oder weniger immer mal wieder versucht, neu aufzuarbeiten, dass man diese DNA neu aufarbeitet. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was euch, beziehungsweise was eure Lieblings-Creed Aventus-DNA-Alternative ist. Würde mich sehr interessieren. Und was mich auch sehr freuen würde, wenn ihr, falls ihr das noch nicht gemacht habt, den Kanal abonniert, dann verpasst ihr mehr oder weniger so keine Videos mehr von mir, unterstützt mich. Das ist für euch vollkommen kostenfrei. Und ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und dürfe bleiben einfach so. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Also macht's gut. Ciao.